So, willkommen zu der nächsten Trophäe, wo ich gerade zufällig gemacht habe. So, der Mann des Volkes, wenn ihr dann hier seid, das ist dieses Level hier, auf der Flucht, hier an der Stelle seid, wo er sagt, Achtung, das sind welche, stehen ja hier so ein älterer Mann, wo von den Erwachtmänner bedroht wird und ihr müsst einfach ihn retten. Das heißt, erst auf den, wo vor ihm steht, schießen, dass er reingehen kann und sofort die anderen hier auch wegballern. Wenn er reingerannt ist, dann habt ihr es geschafft und habt ihr die Trophäe. Okay, das war es dann erstmal von mir, euer Tommy.